Warum hätte ich dir was sagen sollen? Kein Wort! Nur Fragen gestellt über Damas, über Andreas, über dich. Ach, was weiß ich, irgendeine Bank, irgendein Franzose, Italiener, irgendein Scheiß. Was hat Berger über dich herausgefunden? Über mich? Über dich? Die ganzen Fragen nach all den Jahren. Es muss ihm um dich gegangen sein. Das Geld von Damas, das ist immer noch verschwunden. Und Andreas hatte vielleicht einen Helfer. Ich hab gedacht, Berger will dir ans Leder. Wollte dich schützen. Es ging nicht um mich. Boah, wir wissen das Wissen. Warst du dabei, oder was? Wie kam Berger? Ausgerechnet auf dich. Du warst bei dem Einsatz damals gar nicht dabei. Ich... Andreas hat Scheiße gebaut, Vera. Unglaubliche Scheiße. Er hat Geld gestohlen, er hat einen Kollegen erschossen. Er hat dich im Stich gelassen. Er war keiner mehr von uns. Andreas war dabei, dich da mit reinzuziehen. Ich musste was tun. Ich musste das beenden. Was meinst du damit? Ich hab gewusst, dass Andreas in Italien war. Damals. Er hat mich auch angerufen. Er wollte, dass ich mich um dich kümmern habe. Du hast Andreas verraten. Ich habe niemanden verraten. Ich habe dafür gesorgt, dass ein Mörder festgenommen wird. Er ist ein Mörder. Er ist eine Mörder. Er hat sich einfach nur an, dass ein Mörder festgenommen wird. Vielen Dank.